Ich habe 24 Stunden Zeit, um den höchstmöglichen Rang in Fortnite zu erreichen. Unreal. Damit ich einer der besten Fortnite-Spieler der ganzen Welt werde. Sollte ich es nicht schaffen, Unreal zu werden, werde ich meinen Fortnite-Account mit all den Skins hier löschen. Und die 24 Stunden beginnen. Ach, da oben auf dem Berg. Das war's komplett jetzt hier. Ja, dann geh mal auf den. Was denn großer? Hä? Was denn großer? Wohin des Weges? Ganz ruhig. Hab ein Knock, aber ich bin low. Hä? Bro! Ah, ich bin tot. Ich habe nichts nicht bekommen. Der ist halt überrascht. Ich sterbe in der ersten Runde gerade. Digga, wir sterben in der ersten Runde, Digga. Unser Ein-Wing-Game verliebt nicht ganz so, wie er erwartet und sind Gold 2 deswegen. Oh, jetzt müssen wir voll viel hochspielen. Cool. Ab da an hieß es Vollgas geben. Krass. War kaputt? War mal ein Fenster für mich? Kann es mal auf? Oh, du hast ja gar keinen Aim. Der ist auf dem Baum. Ist der Kacke. Ey, cool. Der hat eine Scarfe für mich. Oh, komplett weggelasert. Holy shit. Er schafft das schon. Oh. Ich wollte ihn nur antaggen. Eine Kugel, Digga. Ich war 30 Schaden, der tot ist. Bro. Nach kurzer Zeit haben wir dann easy Platin erreicht. Ah, Brank. Ah, Brank. Jetzt begann die Jagd nach Diamond. Oh. Ah, Brank. Ciao, Bella. Feel the Rush. Oh, feel the end here. Oh, quicks go, headshot. dann habe ich aber blumen da warte ich auch nicht hin ey du hast Zidane gekillt, den echten Zidane? Zidane, Junge oh ja, 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 zu du ja, Mann, Zidane gekillt, wuh 15 Uhr, ein das war ne oh, Digga, ich kacke ab was denn, Großer, was denn und nach zwei Stunden haben wir es geschafft, vom Platin zu Diamond zu kommen oh, Diamond, yeah, yeah, ja ich habe fast Diamond 2 oh, Junge, das ist so ein langer Weg noch ab da hatten wir die Hälfte geschafft und haben weiter gegrindet die Zeit hängen uns nämlich im Nacken und tickt immer weiter runter wow, wow bro hey, Pien, ich hab seine Leiche on me, on me ich fliege mit ihm gerade rum komm mal 109, white ja, anders, low ich muss heim, Pien, ich muss heim wie bei uns knock 2, 2, 2, ne ja 3, 3 so lang, da Digga, wie hat der schon undanschät oh mein Gott, der wird geschreddet 108 auf einen best 1 nice shit on, kid knock nade check, crack mein bester kennst du, der ist hier bin gelandet ab, ab, ab wie getreu und trotz, dass wir viele Ks, Wins und so weiter hatten haben wir teils so 2% dazu bekommen obwohl wir hätten aufsteigen müssen hast du auch so wenig bekommen wie ich 2% für 22 Ks und dann hatten wir es auch endlich geschafft die sind Elite geworden deshalb haben wir uns dazu entschlossen erst am nächsten Tag weiterzumachen aber dann so richtig oh ja, das geht doch hab ich hab noch einen hab ihn nice pusht oder ja ja headshot no oh digger du hast so kassiert ich put on ok zone ist hinter dir nice champion 20% für champion schwimmer haben doch genug zeit jetzt müssen wir nur noch durch champion durch um unreal zu werden deshalb nochmal end sport oh get shit on kit knock 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 hier auf den mit stahl nice what zu seite hier dead 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 nice hinter mir und ich rifted beide ah beide one 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 habe knocked oh my god oh hab die net schad gegeben links anders oben auf holz drauf ja ja stimmt das shit on shit on shit on vom hasen vom hasen geschittert oh peinlich peinlich ein win bräu noch einer wir hatten sehr 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 viele kits aber auch extrem viele wins wie zum beispiel hier da da und hier noch ein win und dann endlich innerhalb von 24 stunden sind wir unreal geworden ich bin unreal let's go ich kann nicht mehr okay leute wir haben es geschafft innerhalb von 24 stunden von nicht eingerankt zu unreal zu werden falls noch mehr von solchen videos sehen was gerne da und ein abon und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video auf euch lieb und ciao